Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Freude, sei auch mit dabei. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Bundeszentrale hier aus Europa aus Marienberg. Alles, alles Gute zum 60. Geburtstag. Wir haben hier auch so eine kleine imaginäre Torte, da können Sie jetzt die Katzen auspusten. Ganz ernsthaft, wir machen ganz viel mit der Bundeszentrale zusammen im europäischen Jugendbildungsbereich und auch mit der Bundeswehr schon seit vielen, vielen Jahren und müssen sagen, dass sowohl die Materialien der Bundeszentrale als natürlich auch die Förderung, damit die Projekte überhaupt umgesetzt werden können, klappt hervorragend. Das ist eine wirklich, keine Lippenbekenntnis, sehr, sehr gute Zusammenarbeit und wir machen gerne Projekte mit der Bundeszentrale zusammen. Auf jeden Fall. Im Haus, außerhäusig, an allen Orten, zu jeder Zeit. Die Kontakte werden immer umfangreicher, auch zu Mitarbeitern der Bundeszentrale und von daher auch hier aus dem Europahaus und speziell von der europäischen Jugendbildung Think Europe, herzlichen Glückwunsch und auf weitere 60 Jahre. Macht's gut. Alles Gute.